das ist dieses wo wie rum oder wo wie rum was ich euch zeigen wollte das sind so große kristalle draus die du abschrauben kannst da habe ich das her weil ich habe 150 stück das geben wir mal an Zeit Lube nicht zu heil hektik wenn du weißt wo wir uns einlösen kannst also bescheid ah ja das ist mit echt Geld nicht gefunden ok alles ist her Schleuch 2 bis jetzt bis gleich bis gleich ne das lasse ich mal dabei so bis jetzt war es eigentlich ganz gut aber was ist mit dem herz warum ist das so grau hinterlegt ah komisch mein Zielbunny ist weg da wie von gestern dein Zielbunny wie halt da wenn du da die flippe draus hast ne dann ist doch da war gestern doch das gesicht also halt der kreis mit den zwei ohren da achso ja das fand ich jetzt heute nicht naja dit 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 achso waffe wo hast du denn da jetzt drin ich weiß es nicht was du denn da wo hast du denn da das ist wie ich da die wo du denn da stehe und da die ja und zwar wenn du dann siehst du ja dann ist auch mal also ich hab da das blaue gestreift was du da für umgekriegt hast auf playstation plus okay die habe ich jetzt auf alle waffen drauf erstmal weil ich hab hier nichts anderes von waffen skin ausrüstung skin so 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 ok was ist jetzt von fragezeichen ich habe keine Waffe, ich habe nur das blaue Hallo, sind wir hier eng? Was ist denn da? Was war jetzt? Oh, ich habe ja nichts geholt, komm. Bukkuff, Tüftschop. Oh, ich hab ja nicht geholt, komm. Hast es sauber gemacht hier. Naja, so zwei, drei Kanäle. Ja, wieso hast du die? Die habe ich mit so einem freigeschaltet. Die gab es da unten zu holen. Bei uns in der Kabine und kannst du umtauschen. Weil normal kostet die doch echt Geld oder nicht? Ja, ich habe es jetzt unten. Einfach... Da in einer Umkleidung kannst du dann die Emotes anpassen. Also ich habe kein Tanzen halt jetzt mehr. Aber... Das war durch die Rebera. Hm. Ja. 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 Und dann... Ja. Ja. Und dann... Ich verstehe, verstehe Ja, aber das tanzen kannst du ja trotzdem behallen Du darfst den Glühstein nicht berühren Du darfst ja nur wechseln Ich darf den Glühstein nicht berühren, warum nicht? Was er denn jetzt doch gemacht hätte Hast du jetzt auch andere Emotes eingesetzt, oder was? Ja, Tanze habe ich jetzt drin gelassen Und hier den zufrieden Kannst du entweder kaufen oder So, und jetzt die Kong-Haltung Gucken wir auch ab Gucken wir auch ab. 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 Okay. Und Tanze halt noch. Aber ich kann ja nicht mehr klettern, also hier überall wo diese Vorsprünge sind, hier an diesem... Kann ich auch nicht. Kannst du auch nicht? Das ging doch mal, oder? Ja. Ja, doch. Nee, ich kann auch nicht. Hier oben auch nicht. Genug zu machen, ne? Klettern ging nicht. All right. Warum eigentlich nicht? Hängt das glaube ich zu. Was? Spiel denkt aber zu bei mir. Hast du eine neue Gestik gefunden? Ja. Und wie das? Und in deiner Kabine. Hä? Mhm. Ach, hier kannst du Gruppe auffüllen? Ja, nein. Vielleicht. Ja. Kannst du als Anführer kannst du das instellen. Ja. Kannst du Gruppe auffüllen? Das heißt einer mehr, oder was? Mhm. Also wir haben ja vorhin zu zweit gespielt, dann ist die Gruppe aufgefüllt worden. Mhm. Und wie hast du noch einen neuen gehabt? Wo hast du denn die Erde noch? Ja. Hä? Ja. Wo hast du denn dein Emote her? Ähm. Wo habe ich das gleich gemacht? Oh, der ist die? Ja, ja. Das habe ich dir ja gerade gesagt gehabt. Und dann in Konfigurierung glaube ich. Und dann auf Charakter gehen und dann unter Stimmen hast du die Emotes. Ja, ja. Da bin ich drin, aber wo ist die neuen her? Die sind unten drunter. Die sind unten drunter. Da wo die Bokale dranhängen. Das kannst du austauschen. Da gehst du auf den X drauf und dann kannst du halt austauschen. Ach so. Oder kannst du kaufen viel Geld. Ja. Kaufen, kaufen, kaufen. Nee, wenn du auf X gehst, geht dann eigentlich seit Dings auf. Da eben rotelt gedöhnt. Ja. Mm. Ja, du hast geices. Ne. Ja, du hast geces. Ja, Stößchen, wohl bekommst. Dankeschön. Oh, du bist in die nächste Liga aufgestiegen. Brauchen Sie. Der hat cheated. Das gibt es doch nicht. Du bist in die Silberliga. Du musst doch gut die Aufgaben lösen. Okay. Die Quill. Bei mir steht noch erledigt den Job, in dem du die Schmuckstücke und Quill sich aus Märchen sehe ich gerade bei mir. Ich bin für Auftragsquests erhalten. 400, 300 da und 10, Rang 10. Das ist nur hier oben die alte. Die Aufträge hat. Ja, ich habe es schon gesehen gehört. Füge Renegade 600 Schaden mit Hilfe einer Pistole zu. Ja, das habe ich auch. Extrahiere zwei gewöhnliche Artefakte. Sammler, seltene Relikte. Taschensahn, füge 11 in einem Match mit Artefakten oder ausführen mit 600 Schaden zu. Jetzt kommt das. Jetzt kommen wir die Schlüsse mit 2 Artefakten gleichzeitig raus. Keine Zeit mehr. Extrahiere zwei Artefakte in einem Match. Wie soll das denn gehen? Aber hier Schläge habe ich abgeschlossen. Headhunter. Eliminäre 10 11 mit Hilfe von Kopfschüssen. Oh, mir fehlt noch einer, dann habe ich sie voll. Okay. Achso, ich habe Silber. Schleuder Schütze. Ich muss eine eingewöscherte Faktik schwarrieren. Und zweimal eine Relikte. Was hattet ihr beide? Silber oder was hattet ihr? Nee, sagt er hat Gold, ne? Nee, Bronze. Wieso habe ich da Silber bei mir schon stehen? Ich habe auch schon Silber. Ich habe die Aufkrankung gelöst irgendwie. Du hast es früher aktiviert. Das kann natürlich sein. Der Hacki war deshalb diskutiert. Ja, ehrlich war. Bist du bei mir aber auch. Und ich bin mitten schön in der Mitte. Und halte mich raus. Das zieht jeder genau. Bei mir bin ich in der Mitte. Rechts ist Peter. Links Sascha. Ja, bei mir ist rechts Peter. Links bist du. Ich bin in der Mitte. Ich stehe nur da und grins mal vorne. Ich bin in der Mitte grins mal rum. Und die anderen aber nicht diskutieren. So, auf geht's. Legen wir los. So, sind wir nett? Ich wollte gerade durchsurfen. Wir sind aber ziemlich weit oben hier, mein lieber Schieber. Ich sollte mich im Laden eindecken. Ja, das ist richtig. Ich soll jetzt aber erstmal eine Waffe finden, du Komiker. Aua. Aua. Hier stimmt doch was nicht. Weil? Ich wollte eigentlich an die Waffe-Kiste. Aber... Wie bin ich falsch? Ich hab noch keine Waffe. Ah, hier. để... ... ... ... ... ... Aber hier habe ich schon was in der Nähe bei uns. Um diese Glyphe aufzudecken, stellst du dich auf die Platte unter der Säule, bis sich die Säulensegmente ausrichten. Na klar. Warten. Ja, pass auf, da kommen Pfeile aus der Wand. Ach jo, haut ab, ihr Speiköpfe. Oh oh. Ich bin tot. Ach, komm her dir bitte. Mir geht das nicht so gut. Oh, ich kotze davor, das gibt es doch nicht. Menschenskinder. Da waren die zwei Kotze. Ja. Ja. Ist das jemand in der Nähe? Ne? Oh oh. Ich schäme hier mal im Rücken klopft. Mal klein Bäuerchen. So. Danke dir. Die Tür müsste jetzt offen sein, oder? Habe ich es ausgerichtet? Ne, da fehlt ein Anstein. Ach, verdammt nochmal. Brennen? Drecksviecher. Mit einer Handfahrer, aber wo kommst du dann nicht weit? Ich wollte nur, dass das Ding sich dreht. Hä? 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 Ach so, das geht nicht. Aber das müsste doch jetzt, jetzt sind wir alle aufeinander, oder ne? Ah. Ja. Einmal. Was musst du denn machen? Eigentlich sollte sich die Säule drehen, dass alle Segmente aufeinander passen. Alle Segmente aufeinander passen? Ja. Ja. Das ist scheinlich hier. Ja. Boah, da geht's rund hier. Mhm. Oho. 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 Da hin ist die Karawane, oder? Irgendetwas lässt den Boden wehmen. Ja, was ist hier? Oho. 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 Kommst du, Sascha? Dort drüben ist noch eine blaue Flamme. Kommst du? Kommst du? Es ist jemand in der Nähe. Achso, äh, die Trophäe schon, ne? Okay. Okay. Oh ja. Okay. Oh ja. 202 Meter. So, wir müssen ja gucken jetzt, oder? Wir müssen ja das Ding nach. Hinterher, oder? Ah, raus? Geht's da raus? Oder hier ist er schon? Ich weiß es denn. Was kommt dann los? Raus geht. Hinterher. Jawa. Kommt der denn jetzt her? Au. Das wurde nicht gut. Verdammt. Hoppla. Das brauche ich. Hilfe. Jetzt habe ich Kacke gebaut. Das geht die gute Runde für mich. Ich schließe für mich selber die Falle aus. Schön aufs Ärschel drauf. Ja genau. Genau da würde ich sagen. Ja komm. Jo. Hier raus oder das? Äh, das ist ganz schönes Stück weg. Doch, rechts, ganz rechts auf 2 Uhr oder so. Ich sollte mich im Laden einsetzen. Aber warte mal. Da war der Pfeil ist. Moment mal. Ich steh nicht mehr vom Map. Nee, ich auch nicht. Komm, dann lass uns weiter. Dann können wir ja weiter sammeln. Ist jemand in der Nähe? Oh, es ist weg. Nee. Dann können wir ja weiter sammeln. Da vorne ist er. Ich sollte uns sofort stehen müssen. Genau. Okay. Ich kann nichts mehr tragen, bis ich meine Beute extrahiert habe. So, was können wir? So, was können wir? Hinter uns. Ja, da können wir ja noch weiter insammeln, oder? Hier, ähm, die Hieroglyphos gedöhnt. Der war ja grad nicht mehr da, oder? Ja doch, jetzt ist es ja wieder da. Ja, ein Fragezeichen fehlt da noch da drin. So, jetzt können wir hier... Jetzt können wir weiter machen. Draußen. Also du kannst du doch... Ja. Weil der Orde ist ja jetzt schon weg hier, die Orde, ne? Trophäe, also. Schätzle. Schmuckstück rum und keiner legt's auch, ey. Hier, das hat mir grad, wo er war. Was? Nein. Schmuckstück auf dem Boden. Kann der jetzt auf. Doch, ich hatte schon schon noch was aufgehoben, an Schmuckstück. Hm. Es ist jemand in der Nähe. Spieler. Irgendetwas lässt den Boden weben. Dauer ab. Ja. Ja. Ich geh links. Ich bin down, ich bin down. Scham. Ich bin down, ich bin down. Ja, ich komm, ich komme. Danke, danke, danke. Das hättest du kommen sehen müssen. Oh, mich verschluckt der. So wohl. Ja, schön. Jo. Cool, Ding. Da ist noch einer. Ja, das hättest du aber echt kommen sehen müssen. Ich küsse den, oder nicht? Hm? Hä? Ja, so. Ist der denn noch Kegner, oder? Ist der? Nee, steht aber einer. Ich glaub, der ist eingefroren. Hm. Auch rausgefroren. Ach, eh, hin. Hey. Ja, genau. Genau. Was jetzt? Das ist jemand in der Nähe. Da rechts. Oh, da sind mehrere. Da sind zwei Teams. Fast 8. Ich bin stiller down. Ich bin stiller down. Scheiße, mach, ey. Das bist du? Down. Oh. Nein! Ach, der ist direkt Ding, ey. Diese Grüfe wartet hinter einem. Nein, das war's. Das war's, das war's. Hm. Ja, ja. Besser als nichts. Na, wir hätten eigentlich was hochladen sollen. Hm. Wäre aber nicht verkehrt gewesen. Ja. Neues Level erreicht. Äh, Level 11. Na ja. Wie gewonnen, so zerrollen. Ein seltenes Schnuckstück extrahiert. Ah, ja. Wann denn? Da ist ja gleich wieder rein. Hm. Oder, gleich wieder rein. Was seid ihr denn? Äh, öh. Häh. Alter. Ich weg damit mit Kettensack. Kauf mit der Punkte. Ach so. Schön, dich zu sehen. Unterhaltend, du hast dir einen Mod geschnappt. Eine nette kleine Schlachtfeld-Improvisation, wenn du mich fragst. Sie sind überall auf der Insel zu finden. Mods können so gut wie alles. Einige verleihen dir tolle Parkour-Fähigkeiten. Andere verbessern deine Gesundheit. Gut. Mods halten nur für einen Durchgang auf der Insel. Komm nicht zur Riftwake zurück und versuche durch einen Shot zu rennen. Einen Shot trinken wir lieber. Jetzt weißt du, warum Björn so viele Knoten auf seiner großen Kuppel hat. Okay. Hey, du! Hier! Du bist also einem Vertrauten gefolgt? Seltsame Kreaturen in der Tat. Passt sehr gut zusammen. Was habe ich gekriegt? Käse und Trauben gemacht mit einem Bier dabei. Lecker. Was? Braugen gemacht mit einem Federball? Ja, genau. Richtig. Ich probiere es zu drauf. Käse und Trauben gemacht mit einem Bier dabei. Ach so. Hast du gut zu was? Sind es Geister? Nein, nein. Ich habe Angst vor Geistern und im Moment weine ich nicht vor Angst. Na, wie war das? Hast du Haschig in den Taschen? Hast du immer was zu naschen? Genau. Hast du Haschig in der Blutbahn? Kannste Punkt, Punkt, Punkt wie ein Drut haben. Ich bin sicher, dass die Vertrauten mit der geheimnisvollen Geschichte der Exile zu tun haben. Aber leider brauche ich mehr Informationen. So, wer fehlt? Jeder. Ja, ich natürlich. 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 Da fragst du noch. Ja. Oh, die hat mich Granate genannt. Die ist zwar stumpfer als Dreck, aber wenn du damit weiterhin die Welpen im Spiel plündern kannst, soll es mir recht sein. Einfache Munition funktioniert für die meisten Waffen. Also fülle deine Taschen. Machen wir. Oh, ich habe den links freigeschaltet. Wo ist denn? Hier ist sogar Hulk dabei. Der Hawaii Hulk. Tja, Wahnsinn. Ach, ihr seid schon bereit? Dann mache ich mit rein. Der Hawaii Hulk. Was ist denn jetzt für? Eben PC-Spieler seid mir vorbeigeren und ist hier als wäre er den Stor. Der kam gar nicht weiter. Ja, es kommt davon, wenn wir in die Weltkriegströmung gucken. Dann fülle ich in der Halack Frankfurt? Nein, wie kann das denn? Und dann hier geht's. Ich bin der Typ. Ich bin der Typ. Ja, er ist etwas wie ich 대표. Ja, ich bin der Typ. Dann bin ich irgendwo an. das dauert jetzt aber ganz schön tut es tut es denn gut ja 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 Haki, was auch lecker ist, ist Spundekähs mit Brezelchen. Spundekäse. Spundekäse? Was ist das denn? Wunderkäse. Stinkgefüß. Nee, nee, nix. Das ist so... Käse, also so... Ja, was ist denn das? Käsequark, also so Quark. Ach, Kwese! Kwese! Nee, Kwese nix mit hier... Kennt ihr kein Spundekäse? Nee, kennen wir nicht der Hanne. Kennen wir nicht hier. Dann gibt's auch im Aldi... Spundekäse. Spundekäse, ja. Am Montag gehe ich in den Aldi und sage, ich brauche Spundekäse. Die guckt mich an in den Aldi. Nee, da müssen wir alles begreifen. Was? Ist das Schwundekäse? Ja, Schwundekäse. Schwundekäse, also abgenutzter. Schwund. Nicht Schwund. Schwund bei Käse. Schwundekäse. Schwundekäse. Oh mein Gott. Ah, ich hab mir Eddy und jetzt sehe ich euch ein Bild schicken. Ich will morgen ein Bild von dir haben vom Schwundekäse. Du kriegst irgendwelche Käsebüse. Du kriegst Millekäse, ja. Was für einen Käse kriege ich? Millekäse. Kennst du den Hanne? Schwundekäse. Kugelst du gerade wegen Schwundekäse? Ja, für die Frischkäse-Zubereitung. Ja. Ja, sagt doch Frischkäse. Da weiß ich was damit. Nee, du hast Schwundekäse gesagt. Ja, ist doch. Nee, Frischkäse. Ja. Menzer Schwundekäse. Menzer. Vorher kommt der Begriff Schwundekäse. Und der Begriff Schwundekäse kommt daher, dass dieses regionale, original traditionell in einer lang gestreckten, zapfenartigen Form auf dem Zelle ausgerichtet wird. Erinnerst du an einen Schwund, den Verschluss eines Schwundlochs und einem Weinfasshausvolk? Also Weinkäse. Ja. Schwundekäse natürlich. Schwundekäse. Oh. Aber schön, dass wir uns seit Jahren kennen und du immer wieder neue Schoten raushaust. Das ist echt. Das hab ich euch schon mal gesagt. Ist mir zumindest neu wieder ins Gedächtnis gehoben. Wir sind alt, wir vergessen sie. Bitte verzeih uns. Ich bin immer älter. Ja, ist richtig. Was stampft denn hier rum? Was stampft denn? Hä? Hä? Aber das sagt man dann nur bei euch in der Gegend. Kann das sein? Mhm. Weil... Ist so wie bei uns, wenn du Gesells sagen würdest. Reichen wir mal das Gesells rüber. Was ist das? Gesells? Nee. Ja, hab ich an meinem Auge, da wo ich hergezogen bin. Nein, es ist die Marmelade. Echt? Ja, wenn du in Stuttgarter Raum gehst oder irgendwo in Hellbrunner Raum, reichen wir mal das Gesells rüber. Na gut, ist ja genauso. Ihr sagt ja auch halbe, ne? Also zum Bier. Also eine halbe. Eine halbe. Eine halbe. Ja. Aber das kannst du in Köln wieder nicht bringen. Gib mir mal eine halbe. Dann kriegst du einen halben Hahn. Einen halben Hahn mit Maltese. Wir haben schon schöne Dialekte, aber auch mit viel fragwürdigen Sachen im Hintergrund. Da ist schon wieder kräftig am Ballern. Haki, wo bist du denn? Schon wieder ganz am Ende. Ich hab gewusst nichts mehr gut jetzt. Achso. Oh, nee. Oh, nee, was? Ist sie schlecht? Nee, ich hab hier schon was gehabt. Also, ja, relativ. Aber die kannst du gern haben, Willi. Ja, ja. Da hab ich zumindest mal zwei. Energiepistole mit Überladung. Ja, ist besser wie die Schrot wahrscheinlich, ne? Denk ich mir mal. Schrot muss mal relativ nah dran sein. Halt, hier ist irgendein Ratzl. Ratzl. Rätsel. Rätsel. Hier ist der Obapkiss, Peter. Das ist jemand in der Nähe. Ja, ich hab's gesehen. Oh, ja. Ja, dann passen wir doch mal auf hier, ne? Oh, besser. Jemand in der Nähe ist. Stimmt. Alles hier? Alles da. Wo soll ich da rumlatschen? Achso. Ich glaube, das ist oberhalb. Und unterhalb. Denk dran, hier ist aber jemand in der Nähe. Oh, das geht wieder hier rin, alter. Hö, hö, hö. Hau uns ab. Verpiss dich, Mann. Heiligsblechle. Das hätte ich jetzt auch schon. Da sind wir dann... ...und ich hab' die Wirkung erledigt. Irgendetwas lässt den Boden nehmen. Oh weh, das ist die Gelle kippt. Mhm. Da flügt jemand in der Nähe. So, äh, da dran. Äh, äh, äh. Was, was, was? Ist jemand in der Nähe, oder? Echt? Ja, hat er ewig gesagt. Was ist denn das hier wieder? Okay. Oh, ähm. Da oben sind drei Zeichen. Ah, hier. Schießt auf die Kristalle, um die drei Symbole auf der Säule auf den Zuckel zu verbinden. Auf den Zuckeln zu verbinden. Ja. Ja. Da drauf schießen. Ah ne, warte mal hier. Ja. Schießt doch die Kristalle um die drei Symbole auf die Kristalle. Oh, in der Kristalle. Oh, in der Kristalle. Oh, Achtung. Nächstes Mal solltest du besser keine so schönen Dinge bei dir haben. Schießt hier einen Rahmen, ey. Und muss nachschlauen. Der Bandit, der Arzt, ey. Echt? Geil. Glaub ich auch mal. Das haben wir doch gestern schon mal gemacht. Wir waren doch schon mal hier gestern. Das haben wir rausgekriegt. Das weiß ich noch. Ob die Kristalle schließen. Ah, komm mal hier. Das wollen wir euch zeigen. Komm mal hier. Ja, da ist Kristalle. Komm mal hier. Komm mal hier, komm mal hier. Ah ne, warte mal. Bitte hier zu mir. Hallo. Was dann? Hier, das ist Monderium. Und die abbauen. Und dann? Ah, komm mal alle. Plus 50 Monderium. Okay. Wo es ausklingen kann, das weiß ich nicht. Der war ja draußen, aber noch was ist mir dann. Ach, machen wir noch Tür auf. Ach. So, warte mal. Tode Kopf. So. Hier ist der Tode Kopf, hier ist das Auge. Was ist hier noch? Oh. Ah ja. Okay. Ach, dann bist du da nicht. Oh. 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 Das ist falsch. Roten Kopf, Auge, ist das falsch. Das obere ist falsch. Irgendwie so ein... das ist aber jetzt oben trocken kopf sein da ist es so manu hier 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 wurde werden wir jetzt wieder aus jetzt der 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 die der die 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 den boden leben bei mir hat er eben gesagt hier ist jemand in der nähe links oben sind da draußen oh so wie er also die einer liegt der liegt auch da müsste eine sein glaube ich versagt hätte oder war das die 2 oder ich bin nicht so leicht ich bin nicht so leicht ich bin nicht so leicht Hier liegt ein klassisches Sturmgewehr mit Vollautomatik und ein halbautomatisches Sturmgewehr. Das ist ja grün. So, erforscht du mir jetzt, was du in Ordnung hast, ach so. Hä, nicht genügend Hype? Wie soll das? Okay, hier ist Russland. Sascha, komm. Kapitel 2 Ich habe ihn ausgeklappt, und er nicht. Ist das noch jemand, oder? Weiß er nicht. Ich bin beim Haki, guck mal in der Gegend. Danke. Da ist die Karawane, oder? Jop. Hier klingelt was. Oh weh. Wo ein Spieler? Wo? Und Spieler? Na voll, ich fangen. Spieler von rechts. Das war nötig, aber so witz. Warum wir mal jetzt hier mit Rotflinte? Ach, das wollen wir jetzt. Ich glaub, den muss ich mir hin und auf die Rücke schießen. Ich glaub, den muss ich mir hin und auf die Rücke schießen. Ja, bei dem Roten. Achtung, Spieler von links. Ja, bei dem Roten. Ja. Hab den? Ja. Ey, ich bin's nur. Ich sollte mich im Laden eindecken. Ja, rechts ist auch nur einer. In uns, in uns, in uns. Der läuft hier grad lang. Da. Es ist jemand in der Nähe. Wo war er? Wo war er? Nee. ,, dann Oh, jetzt wird er aber gemein hier. Oh, jetzt ist er aber hin. Was war hier drin? Ich hab was aufgenommen gerade, aber wenn du nicht gelesen hast. Schmuckstück, ah nee, dringend Qualität, liegt noch ein Schmuckstück drin? Ja, irgendwie schon, ja. Ich kann es nicht aufnehmen. Was? Schmuckstück? Wo? Was war denn eigentlich besser, grün oder blau? Ich mein... Ähm... Mit in der Nähe. Da oben. Es ist jemand in der Nähe. Das ist noch eine. Komm mal, ihr Freundchen, so nett mit einem komischen Ohrzug. Da hinten extra hier ist jemand. Hä? Komm mal weiter. Ja. Oh, der packte bis hier im Boden, ey. Komm Sascha, Hagi folgen. Wird das da weg oder nur hochgeladen? Irgendwas hast du aufm Kopf? Hm. Hagi, du trägst irgendwas schweres aufm Kopf. Echt? Ja. Wir müssen zum Expansionspunkt. Du hast die, ja, die Trophäe oder was auch immer. Ja, wir sind doch hier. Können wir hochladen. Das Zeug. Mhm. Ist doch hier, oder? Ja. Ja. So, jetzt müssen wir noch zwei Dinger aufstecken. Boah, lange her. Haben wir so viel dabei? Mhm. Jawohl. Oh, zack, zack, zack. Sehr schön. Auf geht's. Flüchte ins Riequay. Achso. Wir können nochmal flüchten. Aber okay. Der ist immer wieder das Wasser, was er da für Sprünge macht, gell. Hm. Hm. Ja, gut. Ja. So, ein noch. Oh, jetzt zurück bitte. Ja. Müssen wir das raus. Oh. Hm. So. So. Bin jeder. Uh. So. Oh, wenn man... ...dann darf er irgendwie gewähren. Mhm. verbrennt das ziel nach mehreren treffen waffen-mod wer ist denn? wo bist denn? im punkt ah du bist denn da unten ok wir kommen neben mir das war mit tief Gott sei Dank kriegen wir keinen Fallschaden es ist jemand in der Nähe ich sollte mit dem Laden eindenken doch da kommt noch hier ich habe etwas hier noch mehr ich sehe nur einen aus dem der noch gefolgt ist ok wir sind da wo war das hier? LMP im Gatling Stil schieße einen blauen aktivator fürs Verlauf dass du auch alle Knöpfchen nochmal drücken musst tut es ich war es nett ja spiele haben ja hat mich auch gehabt Achtung kommt da noch irgendein? ich hoffe es nicht ja dankeschön jo ups wir können zur Kammer ja mit dann es ist es es ist es es Ich habe caid. äh, okay komisch laufen sie gerade ähm, so oben drüber irgendwie sind wir vorbei ne, ne, ich muss nicht hochklatschen hier oben hier oben wow jetzt können wir wachsen kreise, das hat er überstanden kreise 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 desto mehr Zeit! So, 3-net 50, 3-net, was haben wir hier noch? Sind alles ungefähr die gleiche. Achtung, Spieße auf dem Boden. Sackgasse. Komm, hier. Boah, scheiße, ich hole voll. Äh, 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 ähm, wenn wir noch raus sind. Ähm, ähm, da rüber müssen wir, dann müssen wir runter. Ja, ja. Wo lang? Ja, ja. Besten der Weg übers Meer am besten, ein bisschen. Boah. Na, komm, Fahrer, Kerle. Ach du, was du in wem Lade willst. Hm, Mensch. Da war er zuhause. Oh, ja. In der Nähe. Oh, ja. Auf dem Eierkopf. Hm. Ich sollte mich im Laden eindecken. Ich hab keine Ahnung. Achtung. Rechts, Acht. Du hast fünf Minuten Zeit, um einen Extraktionspunkt zu nutzen. Sonst ist deine Beute perdu. Zack, ein Weg. Ist da noch eine? Ne, Monster. Ach so. Ach so. Doch, ihr seid mit raus. Ach so, bist du raus. Okay. Bist du raus, Peter? Ja, aber nicht. Ach so. Ja, komm dann. Ab, raus. Doch, doch, doch. Doch, die Geflüchte gleich. Trophäe, halt. Phantomslindere. Hm. 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 Was haben wir denn jetzt für einen Klopfer gekriegt? Ah, als Holzbrädel. Oh, Mann, dat. Ach, du ne Geil. Dein Nahkampfschaden um 14% pro Ladung. Eine Ladung gibt's standardmäßig Bonus-Ladung gibt's für jeden leeren Waffenslot. Okay. Möchtest du ein wenig plaudern? Du wirst ziemlich gut darin, Eleven den Garaus zu machen. Und zwar richtig gut. Was ist das noch hier? Ich stelle eins, komm dann mit Gesundheit pro Sekunde wieder her. Noch einen Verlust von... Dafür, wie sie einfach eine ganze Zivilisation ausgelöscht haben, haben sie es verdient. Sieh dir die Tempel an. Was für eine wunderbare Gesellschaft. Ja, guck mal hier. Wir haben wirklich Glück, dass wir sie durchwühlen können. Ach, Kills. Mhm. Hier früher auch ordentlich. Der Killer ist wieder da. Haha, pass auf. Oh, Mann. Ich kann meinen eigenen Augen nicht trauen. Du hast jede Menge Renegades vereist. Du machst eine ganz schöne Welle. Nicht übel. Es ist schön, endlich etwas Konkurrenz zu sehen. Ich habe ein Auge auf dich geworfen. Ganz sicher. Ich habe nur Witze. Haha, nur Witze. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Und du musst dir etwas sagen. Aber du darfst Björn nicht auslachen. Nein. Wir lachen da nicht. Also vorhin habe ich bis jetzt noch keine gesehen hier in dem... Hm. Der Glühstein. Ich war mein, ähm... Meine Falken würde ausgehen nach Rollstück. Nenn mich nicht verrückt. Ich weiß, was ich gehört habe. Er sagte mir, ich solle das Herz der Insel suchen. Ich diene zwar Grail, aber mein eigentliches Ziel ist es, diesen geheimnisvollen Ort zu finden. Wo auch immer er auf der Insel sein mag. Wo dann? Puh. Es tut gut, mir das von der Seele zu reden. Vielleicht sollte ich es auch den anderen sagen. Nelly ist irgendwie seltsam. Die Geschichte vom sprechenden Stein würde ihr gefallen. Das nehme ich mal weg, das halten. Beschwert. Oder soll ich das hier nehmen? Läse ich nicht. Das Draht von Schwuckstimmung hat, das hat so einflüssig gebringt. Und dauere nicht mehr. Ich schau mal kurz in mein Bild. Mach das. Ich will da. Zwei Grüße. Mach uns. Ja. Ja, hier sind viele in der Nähe. Ei, ei, ei. Ach, es macht da mehr Laune, das Spiel, gell? Ja. Also hast du diesen komischen Klopferding in der Auge gekriegt, das Artefakt? Diesen Schläger da. Hast du das mal gesehen, das kleine? Ja, hab ich. Kannst du schön einen einfach winken, du. Typisch PC-Spieler müssen natürlich wieder hier. Was? Mit wem? Mit dir? Immer doch. Ne, mit der nicht. Mit der hier. Nein. Dann beginn dados das Wasser. Schönenこんな, äh, hier. aufträge habe ich doch vor mir da heißt pizzaquattro staccioni wahrscheinlich statione ich bin um wann bin ich aufgestanden um halb neun aber zu wenig hätte auch noch nie bleiben können aber da habe ich da ich mich wieder hin noch mal hingelegt oder was ja die innere ohr schlecht abzustellen neune raus kurz vorher muss auf der straße verkürzt angekläfft haben ich war so laut war ich wach und wenn du wach bist du weißt du pinkeln und dann kremen bin war zwar müde wie sauber ich konnte nicht einschlafen ja das kenne ich auch noch in der liga silber ich bin silber da ok er müssen alle in der liga silber aber wieso hat die dann da noch ausrufe zeichner ist doch nichts mehr extrahiere vier seltene artefakte ich hatte das merkt gerade jetzt habe ich gerade gesehen die freundschaft anfrage aber ich wollte sie gerade annehmen ich habe sie auf neu geschickt jetzt bist du freund ich habe ja auch ich bin ich 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 Was macht die Erste oder so? Sascha. Hä? Du fielst doch mit einem Häkchen. Machst du noch was? Ja, Markus, ich bin gerade bei Björn. So, ja. Oh, äh. Priorität. 68. Der Pizza-Heidi schießt Gander rum, hä, warte. Ich glaube, heute war ich nicht bis 3 Uhr. Oder 14 Uhr. Äh, äh. Naja, halb 3. Was haben wir denn jetzt? Wir haben 5 oder 12. Naja, geht ja noch. Oh, geht los. Es geht los. Okay, okay, okay. Exile, ich komme. Oh je. Ich sollte mich im Laden eindecken. Auf und mit dem einen Beschl Ring. Wie ist das? Tünen wir nicht. Wenn du dich in das? Bis zum Schluss. Oh, was für ein Bumms. Was ist denn das für... Na... Oh! Mal gucken hier! Ja, Moment, ich hab grad noch... Brauchen wir ein paar Waffe hier... Scheiße... Die ist ja eigentlich schnell geklärt... Klassische Pump-Action... Ne, ist rot... Ne... Schluss, das muss man so erst... Oh, da ist ein Fragezeug, da geh ich doch mal hin... Nutze deinen gesammelten Hype, um dein Arsenal in den Shops von Grail, die sich überall auf der Insel befinden, zu verbessern! Ja, klar... Klassische Pump-Action... Da war die Scheiße... Da schießt er auf Monster gerade... Nein! Das war richtig! Ui, du musst... Ne, du musst so drauf schießen, wie es aufploppt! Achso, gleich drauf oder was? Ne, 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 ne... Ne... Was zuerst aufkloppt! So, warte... Warte... Eins... Zwei... Drei... Ah, ein Reihenfolge! Ja, jetzt weiß ich nur nicht... War das hier? Ich glaube nicht... Das ist jemand in der Nähe! Und... War das jetzt obbe oder... Ja... Oh, Achtung! Da ist hier mal ein Spieler! Wo? Noch zwei? Zwei! Da hat noch einer... Wohin runter... Da hinten ist... Ne... Okay... Up denn? Ja... Mhm... Da ist schon wieder ein Trophäe, Greta, ne? Okay... Ähm... Geht mir! Kai und Max! Ja, das sag ich dir gleich! Mhm... Ähm... Liegt ne Duo, ne? Ein... Einmal... Der Fluch der Ixe... Ixe... Und... Und... Wo war das andere Ding, eh? Ja... Und... Äh... Ja... K.O. Ach ne... Leicht... Dreizehn der Vierte... Ne... Kann nicht sein... Würde fließen heute... Das war... Ja... Flucht der... Ja... Ja... Ich sollte mich im Laden eindenken... Ja... 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 Okay... Missed... Das ist jemand in der Nähe! Okay... Da ist jemand mehr... Oh... Hier kommen Spiele... Ja... Ja... Achtung, hinter euch... Halleluja wie wolle es aber wissen Granatwerfer achso der hat liebe Granatwerfer gehabt das wäre heute so geballet so, bei dir hei 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 komm nun, Tag ist kurz das ist nur ein Bootfall ok Koroborne steht weiter extraktionspunkt in der Nähe da ist ein Spider-Carabahne wir sind in der Nähe was ist denn da oben, guck mal da oben wird irgendwas hier oben da extrahiert jemand ja ist denn jemanden achso ach ne Achtung die Komme die Komme die die wollen das Vieh raus das ist ich das ist es es nicht ist es auch er ist es ja oder sind die abgau ja, die sind abgehauen, oder? ne, die sind hier oben die gappen hier oben über uns hmm, da oben Mensch, trinkt da jetzt mal was aus deiner Bulle, was? also manchmal dauert das, bis das reagiert wiii warte zeig uns was du machst zeig uns was du machst beide sind down dritte ist auch down, aber ich liege oben ich komme ja, da komme ich mal hin rum, ey also hab das so alt schon platt gemacht gut, Jungs jetzt habe ich jetzt immer noch, ob blau besser ist als grün ja 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 dann nehme ich die andere Lila noch mit, bitte und fertig aus zack zwei Lila ist besser als Johannis so muss man laut nehmen so jetzt so die Karawane ich sollte mich im laden eindecken ich sollte mich im laden eindecken ich sollte mich im laden eindecken ne ne ja, so ein bisschen weiter weg das war alles auf die Kette oder was ja, irgendwie hast du was das ist Kistalle ja das ist Kistalle, ja gut 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 doch gut 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 gleich ist er doch hier der bums gemacht und der richter 233 meter glaubtest du mir erstmal sicherheit bringe die richtung die zeit wird knapp aber wenn du die schatzkammer öffnest erhältst du mehr zeit was denn für den schatzkammer hat ich mir mal gufgemacht ja wahrscheinlich Wie weit sind die weg, die Weideland, im Weideland, okay, die gehen? Ach, da sind zwei Stück unterwegs, einer ist schon am Extraktionspunkt, und der andere, da wo, machen wir die Karte auf, so, dann ziehst du doch die nächste Extra, guck mal, da geht die nächste hier, Extraktionspunkt, äh, die Richtung, oder? Ne, das ist eine falsche Richtung, ne, eine falsche Richtung, hinten rum, sag ich doch, warum retten die da rum? Weil wir dir folgen, ganz unerfällig. Scheiße, das war knapp, ne, glaube ich, nicht mehr hin, ne, 100 Meter, also 160 Meter, oh, rennen, Junge. Die sind dort, aber die sind direkt vor uns. Ja, da sind wir jetzt, da sind wir. Das war sie hier, da sind wir. Ab, du. Ab, ja. Ok, ok, ne? Ja. Oh, diese 2 hat zum Fakten explodiert. Die Aufgabe. So. So. Ah, ne Faktsammler. Probier halten. Sehr gut. Aua! Wo? Wo? Hier oben. Wirst du ans echte geschossen? Hm. Wo ist das denn hier? Nix. Schwingpunkte. Ja, vielen Dank. Ja, er wurde nämlich ja eh raus, ne? Ja. Also, mal ganz ehrlich. Mhm. So schlecht sind wir hier gerade, ne? Nee, das sahen die alten Richter uns aber auf. Gut, wir haben auch davor viele Spiele gespielt, wie wir uns mit Valan beschäftigt haben, ne? Sei es Division, sei es Remnant. Jawohl, Level 14. Jawohl, Level 14. Gut, gehen wir mal. Oh, nun gar nichts. Peter, wir waren schlecht. Was? Bei mir steht nicht. Bei mir steht nicht. Bei Peter auch nicht. Doch. Jö? Jetzt hier die Rangliste meine ich. Du stehst Platz 1. Nee, nee, da wo wir stehen und dahinter uns... Ach so, da drei Schmuckstücke experimentieren. Und bei dir selten ist irgendwas. Baut zu schnell. Nee, bei mir steht gar nichts. Heute habe ich, äh, Spottkragen. Was das auch immer ist. Hol dir Trophäen von besiegten Feinden bis zu 40 Trophäen um maximale Gesundheit auf 25... Äh, beim Tod verlierst du alle gesammelten Trophäen. Oh, ne, Moment. Na gut, Bericht auf Exiles. Wo? Eine Karawane auszuschalten ist eine gewaltige Leistung. Du kommst hier ganz groß raus, das sag ich dir. Diese Biester sind das einzig Wahre. Hast du gesehen, wie viel Beute sie herumschleppen? Was ist das denn hier? Hä? Du hast es auf die harte Tür gelernt, wie ich sehe. Von anderen Renegades ausgelöscht zu werden ist ein echter Tritt in den... Du weißt schon wo. Ich habe versucht, dich zu warnen. Wenn du die Beute willst, musst du zuerst die anderen ausschalten. Gold. Mega. Top 8,3%. Der Björn will nicht mit dir reden. Ja. Ja. Na dann. Sie auch nicht. Also von daher, ich bin bereit. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Was ist denn? Bei mir steht immer noch hier beim Auftrag Ausrufezeichen. Ich finde aber nirgendwo Ausrufezeichen. Ja. Ist bei mir aber auch. Ich füge Eleven ein Match mit Artefakten oder Ausrüstung zu schreiben. Ich traiere zwei Artefakten in einem Match. Ich dachte, den macht er doch nicht. Der hatte ich jetzt auch gedacht. So. Der Dings will nicht mit mehr Babbel auf. Okay. Die Stole auf Renegades schießen. Auch noch aus den Zeichen. So sieht's denn hier aus. Loyalität. Du darfst den Glühstein nicht berühren. Sascha. Ja. Komm her. Komm her. Dreh dich mal her. Komm her. Warte mal grad. Warte. 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 Ich bin gerade im Menü. Ach. Warte. Was wird's denn hier gewirrt? Was ist das für Brotpfann? Haki. Komm mal her. Was machst du grad? Wir legen so Pfeile hoch. Finde Frieden mit den Gefeilen. Geh mal hier bitte zu dem Stein und drück da mal, wenn du das irgendwann mal siehst, Viereck. Naja, du musst mehr so... Ja, genau. Drück da mal. Nicht Viereck. Ha. Hör das nur an. Nicht weiter drücken. Nur einmal 4 drück bitte. Hm. Ich darf nicht verrühren. Und wie er dann so schreibt. Ja, ja. So, von mir aus... Ich habe Affen in meinem Kopf. Ne, ich höre Affen im Kopf. Ich habe einen Bundestag im Kopf. Äh, äh, äh. Was? Äh, äh, äh. Die Äpfchen. Nichts höre, nichts sehen, nichts sagen. Aber so langsam haben wir bald die Spritpreise auf 2 Euro eingeklagt, ne? Also... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber so mehr haben sie jetzt ein paar Mal so. Eins... Fast 90 gehabt. Okay. Und den gerade mit bei 1,80, soll ich sagen. Ja. 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 Aber so, bei uns in der Mittagszeit oder so, halt so. Dann hast du so... Ich kann ja nur vom Diesel, weil ich am Diesel da fahre. Ich auch. Dann mal 1,66. Das hast du bei uns abends dann, ab 19 Uhr. Ne, bei uns schon mittags oder späten Nachmittags oder so. Mhm. Das Schlimmste ist von Sonntag auf Montagmorgen. Da hast du gleich mal die volle Trönenladung. Ja. Ich fahre einen Benziner. Und bist stolz drauf. Also... Da würdest du lieber Elektro fahren? Nein. Äh, nein. Ich bin ja ein Auto-Fan. Mach's gut, Peter. Weil die gehen so Pfeile ganz weit hoch. Wie ist das schon? Pfeile? Oh, Peter. Gibt's hier keine Pfeile? Echt nicht? Im Stream? Ach, ja. Na ruhig. Ich nehme dann die Ruhe am Bild hier. Ich sehe, dass es ab und zu mal dampf wird. Warte. Sind wir heute die Dexter schon? Also. Warte stehen. Was ab? Da ran. Und da ran. So. Kleines Video gecheckt. Schaut es aus, aber die passiert gerade. naja hab ich dabei ach so nee das kann eher sein dass es das weil wenn ich bewege oder schnell rein dann habe ich muss kommen sieg aus dem arsch ja ja das wenn ich schwitze das steigt mal ist der kopf seit ich irgendwie dass dieses komische mod update da irgendwas richtig geier drauf gemacht habe seitdem habe ich auch jedes mal wenn ich renne habe ich irgendwelche noten aus meinem hinteren ausrennen irgendwelche töne ich habe bühne wie es bündchen so aber sowas damit was gleich zwei ich habe noch eine max habe ich noch wenn mir wenn jemand möchte sturmgewehr ja weil ich nehme gerne mal eine handfeuerwerfer und ding ich habe nämlich nur eine handfeuerwerfer aber die brauche ich als nächstes das ist schon wieder wenn ich bewege ja kommen noten aus den mensern das war nicht so gut ja jetzt gibst du mir die waffe wieder her das ist richtig im kopf noch ein maschinengewehr hier wer will wer hat noch nicht in der in der in 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 Ah, gut dann. weil er die Pfeile zeigt sie euch auch Sprecher irgendwie schon wieder neckerer geworden ja oh oh du warst nicht weg ja ah nee die Fiesche ja wieso hab ich... wieso hat die von Skindorf nein du nimmst die Waffe mein du Kruschfock hast vor dem das nimmst du mit hei hei so wo ist die denn A ne Karschenchen binnen alter bluten 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 Ich schaue Schuss zu links. Ja. Ich auch. Den tue ich nicht. Das ist jemand in der Nähe. Oh ja. Jetzt ist jemand in der Nähe. Hier über uns. Hier oben. Irgendwo. Irgendetwas lässt den Boden beben. Aua. Wieso brenn ich denn? Alle alleine von hier? Schrot, halbautomatisch. Ja. 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 Ich hab das blaue hochgesprungen. Ja. wir sind über die menschen immer was zu dringen Ich bin der Blatt, ey, ey, ey. so kommen lassen wir noch dinger sammeln wir lassen uns wieder jemand vor das ist jemand in der nähe ich habe nur schuss guck mal hier ist der munition wo bei dir habe ich auch gekriegt von der baller hier mal hier hier oben hier ohne 3 kills machte und das ding jetzt hier oder hier keine muni das gibt es doch nicht hier oben so müssen wir hin hier wir sind direkt hier vor hier 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 Ah, die Shots kam, ich werde schon geöffnet, Scheiße. Die Zeit wird knapp, aber wenn du die Schatzkammer öffnest, erhältst du mehr Zeit. Ich sollte mich im Namen eindecken. Richtig? Hä? Was ist denn, den Dings abfangen, den Pokal hier? Ja, der ist ja fast am Extraktionspunkt, ey. Oh, wo sind das mal dran? Ja, aber die sind noch am... Komm, Jungs, komm. Ja. Fein, Jungs. Extraktionspunkt in der Nähe. Oh, ich schliege. Ah, fuck. Das waren... ja. Nicht so clever. Ich hab auch doof reingelassen. Äh, was passiert, was ich hier in der Nähe? Na ja, gut. Was ist jemand in der Nähe? Ich glaube, die nicht im Auge zu sehen. Kann ich so sein. Schlag mal eingekeln. Ich brauche auf Chassieren. Ich brauche, nichts ab. Nee. Oba... Komisch, wieso? Gestern sind wir ja mal wiederbelebt worden, ne? Also... Ja, keine Ahnung, was war... Hm... Keine Ahnung... Keine Ahnung... Keine Ahnung... Ok... Das ist jemand in der Nähe. Ja, was ist denn los, hier macht ihr wohl schon schlapp, oder? Ja, das ist ein Schlapp. Und ihr tat. Indeed. Was macht der denn hier? Mit Angst, die O. Gut, Sir. Es ist eine Schande, dass... Spricht mit mir! Aua! Aua! Da kann ich nur das sagen. Na! Aua! Eigentlich müssen beim Björn jetzt drei Fragezeichen stehen, die drei Punkte. Was machen die da? Langeweile vertreiben. Hast du gesehen, Björn, gerade? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Aha, aha, aha. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Du bist ein arglistiger Speer. Gucke ein Haki. Ja, ja, ja. Vielseitig überlegen. Das gibt's da. Hm, das bitte du. Ja, ja, ja. Du bist da. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Waserlach. Hoi, 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 hoi. Gut hoffe. Gibt's erstmal mit der Flitsche auch nicht. Gibt's denn hier nix? Das ist nicht wieder in der Nah? Gar nix. So, ich hab immer noch Koffer. Jetzt zwei, so. Ja, ja. Und? Die! So. 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 Ein Hohlkopf hatte Eddie erst raus. Sprich würde ich ein Hohlkopf, Eddie. Hier ist ja irgendwo das Fragezeichen. Ich bin ein Hohlkopf, die ich habe zum Beispiel. Die Hohlkopf hatte ich einen Hohlkopf. Die Hohlkopf hatte ich einen Hohlkopf. Ich bin ein Hohlkopf, dass ich mich hierher habe. mein gerät schlägt auch aus hier ein gerät stück go go gadget wir sind nicht bei dir also ich sehe es so also ja hier ist es doch extraktions punkt in der nähe das der waffe so schnell zum hagi wo ist denn der teuer dengel da oben ich bin da und ich habe eingekillt und dann kann man ja vermitten wo bist du durch den todel oder was da das ist jemand in der nähe ich habe es zu heilen ja er hat drei flaschen jetzt jetzt Der hat mich gefühlt jetzt, der hat mich gefühlt, der hat mich gefühlt, der hat mich gefühlt. Ja, laden nach. Sehr gut. Der hat mich, der heilt sich gerade, jetzt liegt er. Bist du auch weg? Ich habe gar nichts gedrückt, nächster Spieler, hä, wieso, was soll das? Bist du? Nein, bin ich nicht. Ah, so. Nein. So, und jetzt, wo kann ich ihn eigentlich wiederbelegen? Da, grüner Moppe bei dir, hängt hier oben. 289. Ist das nicht? Ja, hier. 87, 88, 89. Wo? Wo? Bei dir, ne? Soll es denn nachladen, oder soll es die Klappe nehmen wir doch? Also, bitte zurück. Achtung, Pfalle. Oder? Nein. Das sah gerade so aus. Achtung, Pfalle. Mitte. Mitte. Mitte gehen. Oh, ja. Oh, es gibt Pfalle irgendwo. Oh, es gibt Pfalle irgendwo. Ja. Das ist nicht gut. Rechst du die Lutung, ich muss auf. Oh, das ist gerade vorbei gelaufen. Ja, ich habe es gesehen. Oh, scheiße. Klappen laufen. Oh, den nicht. Den kann es aber. Ich weiß nicht. ja wenn es klappt auf mir der hallo liebe bevor ich hier mit zwei mann mich erleben muss jetzt locker gemacht wird schweber sogar im dunkeln waffenkiste in der nähe hier habe ich habe keine waffe und nichts oder nein aber hier sind waffen hier hier liegen zwei waffen habe ich habt ihr waffe ja das sind noch dinge die freundlich folgen müssen oh dings sind unterwegs das ist jemand in der nähe ja irgendwo hier drüber ein habe ich nicht persönliches nur profitabel aber das ding ist schon weg scheiße da hinten noch nicht mit dabei ich bin gerade dabei schnell die hier dann Okay. die scheiße ist weg oder wird erfasst also unser zeug du bist du? du bist du? du bist du? du bist du? ich sollte mich im laden eindecken glaubt ihr das weg, können wir noch weiter sammeln jemand in der Nähe hä? was? es ist jemand in der Nähe, hat mir gesagt hier ist ja da kommt einer es ist jemand in der Nähe ich komme auf da ist noch hier drüber ich rufe mich ja ja ich rufe mich 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 du 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 komm her nachher ja gut er ist er kann überall sein jetzt wahrscheinlich hätte sein kumpel jetzt gleich so zurück oder die wasser schläge nehmen jetzt ist bei mir auch hier das ist jemand in der nähe die sind unterm stein ich habe ihn wiedergefunden hat eingeholt jetzt haben sie mich jetzt bluten saß mal bei mir das waren sie alle ich weiß nicht einer könnte noch sein aber der ist geflüchtet da wo der haki gerade hingeguckt hat in die richtung so weit links da also drei waren oder war vorne der arne war hier der alle kamen hier hinten hoch das waren jeweils zweier teams keine dreier dankeschön aber es war der eine spinner dabei das von mir hier aber hier auch mal die da noch sache hier kommen wir hier aber dankeschön ja das war die wache wieder ich freue mich die kann ich irgendwie nehmen und die zonen voll ja gut dann ist voll attacke oh ja ich war zu weit Kommen wir erst mal in den Bindekippen. So, das wird ja Wasserauffüller. Jo. Jo. Oh, das geht nicht so, ich schnauze. Hm. Hey! Hey! Hier überhaupt, hier. Hier, hier, Rücke. Tickerchen. Jo. Irgendetwas lässt den Boden wehen. Ne. Jo, fall doch. Hol er dich. Hol er. Ich muss ihn schnauze. Oh. 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 Oh 20 meter doch denn da schließt doch die gestaltung das ist genau das hier ist schon wieder es ist jemand in der nähe so muss der vogel seine mussten weg ja das ist oder schulden kommen wahrscheinlich wo ich jetzt haben muss jetzt zeichnen machen dann ist er wahrscheinlich ja das ist es nicht andersrum dass ich lange hier ist Achtung, Spiele! Ich sollte mich im Laden eindecken Oh, hier kommen wir wieder mit der Witze Die Zeitenflüsse Ne, ist falsch Ich weiß, bin ich schon da Oh, ist mein Spiel wieder Das hast du aber worden falsch Ich dachte so was, das wäre das gewesen Schaut aber so ausgesehen Ach, da ist wieder da hinzu Ich hab's Wo siehst du dann, wo was hin muss? Du musst auf alle Dinge gleich Zeichen zur Soli machen Mal gucken, ob du Zeichen auf einen reich ist Das hier Das ist wieder eine Auskunft Da lang Entschuldigung, hier lang Ah, danke, viel besser Das ist jemand in der Nähe Oh Ja, 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 ja Da unten Oder? Wo? Ne, hier drüber Links von uns Achtung, Hälter sind Viecher Okay, so aber nicht. wir gehen als hier die feine das muss auch jetzt so, wir gehen, wir gehen so, wir gehen, wir gehen kameraden, wir gehen Huch, ne, scheiße. Was? Bin runtergefallen. Äh, ob ich hier jetzt bin. Hä? Müssen wir unten. War toll, ich krabbel wieder los. Du was? Oh. Schön gewundert, du warst da eigentlich richtig. Naja. Ich bin da. Besiege die Elite 11. Okay. Na, nichts leichter ist das. Na, umschließen. Was soll denn? Was soll denn? Das hat Peter denn da gefunden, ne? Das ist aber auch jeder ganz schnell in der Zeitlupe, das Ding. Äh, wo wird die Zeit denn jetzt schon? Ja, irgendjemand hat das Schätzchen gefunden. Deswegen, guck mal, hier geht nicht weiter. Ja. Nee, wir müssen zum Ausgang. Ist nix auf the card. Ich stehe auch nix auf the card, aber der Timer läuft. Na, der Timer läuft. Ist richtig. Dann guck mal das drauf, ne? Ja, das ist doch einfach. Aber warum läuft der Timer? Da kann man schon hier hoch. Ab zum Kelch. Aua. Ach so? Du willst heiße im Arsch. Das ist jemand in der Nähe. Oh ja. Oh ja, legt ein bisschen Blut. Koffelöffel Energie-MP. Oh, da ist jemand. Ach so, scheiße. Aber hier von der Seite. Ja, aber da kommst du nicht weiter. Das bringt nix. Ich sollte mich im Laden eindecken. Da liegt ja jemand. Vorsicht, vorder. Oh, ich wollte dir grad noch helfen. Kade. Ich muss aber rinnen. Drei Minuten noch. Oh ja. Wo sind wir dann hin? Würde sagen, so ein Kelch. Ich glaube, ist der hier rin. Ja, aber wo ist der? Hier. Ach, hier. Hier. Ne, hier hinten geht's weiter. Hier, da unten, wo ich bin. Ne, ich bin bald richtig hier. Ne, ich bin richtig. Ich bin doch bei dir. Ich bin richtig. Ich bin richtig. So, ich bin bis da. Totenkampf. Äh, die Kuschel. Auge. Das Auge und dann... Das ist jemand in der Nähe. Die Zeit wird knapp. Aber wenn du die Schatzkammer öffnest, erhältst du mehr Zeit. In der Nähe? Hier. Nichts. Nie. Nichts. 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 Schöpfer. So, ein Wundlose, das ist ein Wund. Das ist jemand in der Nähe. Was ist der Nähe? Ah, komm, was ist die Fusabrücker? Was ist der Fusabrücker? Ja, ja. Ich dich mal in den Laden, ey. Oh, 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 oh. Ich hab nichts aufgeregt, ey. Mensch, trink doch mal, Kerle. Da oben, 82 Meter. Wo lang? Hier hoch, hier. 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 Du hast 5 Minuten Zeit, um einen Extraktionspunkt zu nutzen. Komm raus, oder? Sonst ist deine Beute perdu! Ey, ich komm nicht! Hä? Ah, scheiße! Jetzt! Ich hab auf die Wurst! Puh! Oh, wir sind ja gut daran! Wir haben 15! Was ist das denn für ein Vieh? Ja, wir sind vor der Wand! Nachkampfmonsterjäger! Was ist denn hier? Du weißt, warum wir uns so Mühe geben, ne? Ich bewundere diese Art von zerstörerischer Hingabe! Du hast das Nelly Ruffin Gütesiegel! Geil! Geiler Kaut! Kann ich mir was da kaufen! Hä? Ich hab das Nelly Ruffin irgendein Gütesiegel! Ja, hat sie gerade gesagt! Komm rüber! Natürlich! Es ist eine Schande, dass du in deiner Blütezeit getötet wurdest! Du musst da draußen noch rücksichtsloser sein! So, jetzt mag ich nicht mehr reden, oder was? Taubstum, oder was? Durch Gebärdensprache? Ei, 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 ei! Ach, der will ich hören wieder! Ja! Oh, ich kenne nichts zu Lolli Titscheln! Schön, wieder am Kopf eine! Ah! Da, wo es klingelt! Da muss es klingeln! Ah! Was hab ich? Eli, Rabin, Gütesiegel! Hab ich dir gesagt? Echt? Hast du nicht gesehen, oder? Ja, wenn ich mir die ohne Helz grüße, das Ding! Hab ich ja! Du, da helst ich ja nicht mit dir! Hab ich doch schon! Ach, niemals! Aber der will nicht retten! Der ist bestimmt sauer, weil wir an das Ding dahinter packen wollen! So! Deshalb fühlst du zu! Ja! Ich verrufe ihn doch nicht! Da! Ja, ich neulich bin! Ich weiß nicht! Aber wenn du das Ding zerlegst, dann kriegst du andere Sachen, ok? Das sind schon einige verschiedene Fakte hier. Ja. Die stimmt. So, dann muss ich sagen, du wachst für heute. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Und Gutes Nächte. Ja, genau. Ja, genau. Das macht man ja nur. Warum nicht? Nee. Ja. 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 und ein paar.